Und dann können wir auch eine Million im Jahr verdienen. Zehn Schritte für ein erfolgreiches Marketing. Was müssen Sie heute können, wenn Sie in der Zukunft, da fliegen wir aber jetzt durch, wenn Sie in der Zukunft Geld verdienen wollen? Sie brauchen ein Claim. Erstens brauchen Sie ein Claim. Was ist ein Claim? Wer weiß, was ein Claim ist? Ja, das kennen wir von den Goldgräbern. Die haben eine Stelle im Boden markiert und haben gesagt, das meins ist ein Claim. Das brauchen wir. Sie brauchen ein Thema, das ist Ihres. Und wenn irgendjemand zu diesem Goldgräber kam und hat gesagt, dieser Claim, der kann ich genauso buddeln, dann war der sofort tot. Sie brauchen ein Claim, das kein anderer einnehmen kann. Der erste Schritt zum großen Geld ist immer, kein anderer kann da buddeln. Kein anderer kann da Gold holen. Und wenn Sie einen Job machen, den auch ein anderer machen könnte nach zwei, drei Jahren Einarbeitung, dann haben Sie kein Claim. Dann verdienen Sie Geld in der Vergangenheit. Von mir aus gut, aber nicht so, wie Sie verdienen könnten. Und ich darf jetzt mal in die Coachingrolle gehen und das auch streng und auch provozierend sagen. Mit starken Worten. Sie haben mehr verdient. Wenn Sie das können unter den Bedingungen, in denen Sie jetzt arbeiten, wenn das so ist, dass Sie keinen klaren Claim haben. In meinen Claim kann keiner rein. Ich habe es leicht. Ich kann mich ein Jahr zurückziehen, da passiert überhaupt nichts. Ich kann mich zwei Jahre zurückziehen, da passiert überhaupt nichts. Freuen Sie alle, dass ich wieder da bin? Naja, nicht alle, ist klar. Aber Sie haben verstanden, was ich meine. Während viele, die müssen da stehen und müssen ihr Ding verteidigen, weil sie keinen Claim haben. Das haben Sie nicht verdient. Das ist doch unwürdig. Wie wollen Sie denn da sitzen in einem Schaukelstuhl in Ihrem Alter? Das ist nicht gut. Also wir brauchen einen Claim. Und dann können wir auch eine Million im Jahr verdienen. Wenn wir einen Claim haben. Das nächste, was ich mich nach dem Claim frage, ist... Ups. Ich habe den zweiten Knopf entdeckt. Wen? Und bitte, nicht, wer bringt mir Geld. Nicht, wer kann kaufen. Die Frage muss lauten, wen mag ich? Wer liebt, was ich tue? Machen Sie es nicht kleiner. Sie haben es verdient, mit Leuten zu arbeiten, die lieben, was sie tun. Wenn die Menschen zu mir kommen, wie die beiden eben, die sind zwei, drei Minuten, bis ich hier drin war, und mir so etwas sagen, das sind Menschen, die mögen mich und ich mag die. Das ist was Schönes. Warum sollten wir was anderes tun? Nein, Sie müssen nicht irgendwas aushalten. Sie sind geboren, um Ihr Licht leuchten zu lassen. Das ist meine feste Überzeugung. Sie sind geboren, um zu strahlen. Und Sie machen sich klein, wenn Sie buckeln, wenn Sie was machen aus strategischen Gründen, um Abschluss hinzukriegen. Sie müssen nicht. Nichts müssen Sie. Und der eine oder andere sagt, hast du eine Ahnung, ich muss schon. Nein, müssen Sie nicht. Und wenn Sie jemanden mögen, dann fragen Sie sich, schreiben Sie Ihre Werbung so, dass deutlich wird, dass Sie die Menschen mögen. Ist Ihre Website so, dass deutlich wird, dass Sie die Menschen mögen? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Da kann man ganz anders schreiben. Man muss keine Rücksicht nehmen. Man weiß, man wird verstanden. Ich kann dann so schreiben. Ich kann dann so werben. Das ist was ganz anderes. Sie machen viel mehr Geld. Wissen Sie, vor dem Internet war das nicht möglich. Sie machen viel mehr Geld, wenn Sie die Menschen ansprechen, die Sie mögen. Vor dem Internet ging das nicht. Da mussten wir die nehmen, die im Umkreis irgendwo wohnten. Aber jetzt können wir überall auf der Welt Geschäft machen. Überall. Nur mit denen, die uns suchen, die genau das wollen, was wir haben. Ist das nicht geil? Geld in der Zukunft verdienen. Es ist mir völlig egal, was meine Nachbarin von mir denkt. Ich gehe spazieren. Das ist wirklich so. Vor gestern gehe ich spazieren. Ich muss das gerade loswerden, weil ich das überhaupt noch nicht begreifen kann. Da sagt die, Herr Schäfer, ich muss Ihnen was sagen. Der Nachbar, der zwischen ihr und uns wohnt, der lässt seinen Hund immer auf meiner Wiese kacken. Und ich war gut gelaunt und sage, nein. Der hat gar nicht gemerkt, dass... Und dann sagt sie, dann habe ich bei dem geschellt und habe dem gesagt, Herr Doktor so und so. Und ich bin ja schlau. Ich wollte ihn nicht... Ich spiele jetzt die, die Frau. Ich wollte ihn nicht beleidigen direkt. Dann zeigt er mich an. Also habe ich es schlau indirekt gemacht. Ich habe gesagt, Herr Nachbar, Herr Doktor so und so, haben Sie eine Ahnung, welches asoziale Arschloch seinen reugigen Köter auf meiner Wiese scheißen lässt? Möchte ich die als Kunde? Möchte ich die als Nachbar? Nee. Ich habe gesagt, wissen Sie was, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wir haben einen herrlichen Tag. Ich möchte spazieren gehen. Ich möchte, wenn Sie noch mal mit mir reden, nie mehr etwas Negatives hören. Und wenn Sie die Leute mögen, dann werden Sie deren Problem herausfinden. Das ist der dritte Punkt. Sie haben den Claim. Sie wissen, wen Sie gern haben, wen Sie als Kunden haben möchten. und dann suchen Sie deren Problem. Und das lösen Sie mit einem Dialogprodukt. Und jetzt wird es spannend. Angenommen, wir besprechen miteinander, wir machen es anders. Ich möchte, sagen wir mal, ein Produkt herstellen, in dem ich Menschen zeige, wie man eine gute Website schreibt. Wer hätte da Interesse dran? Wie man wirklich eine gute Website macht? Sie müssen sich selber schreiben, Sie müssen nur wissen, was drauf muss. Jetzt würde ich mir zuerst ein Dialogprodukt bauen. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich nehme mir fünf Freiwillige und sage, mit dir mache ich das. Für wenig Geld. Sagen wir mal, fünfmal sehen wir uns und jedes Mal kostet es nur 50 Euro. Bei fünf Leuten habe ich 250 Euro verdient. Da werde ich jetzt nicht wirklich sagen, jetzt höre ich auf zu arbeiten danach. Aber ich habe erkannt, dass es jemand ist, der sich dafür interessiert, sonst würde er nicht 50 Euro bezahlen. Und mehr will ich nicht. Und dem sage ich jetzt, das ist die ganz einfache Formel eines Dialogprodukts. Ich sage im ersten Schritt, Sie heißen Herr Schmidt. Ich sage, Herr Schmidt und zu den anderen fünf, wir machen ja jetzt zusammen diesen Kurs. Wir sehen uns einmal in der Woche. Wir reden darüber, wie man eine Website optimal gestaltet. Beim ersten Mal würde ich gerne über das sogenannte, es gibt da eine Formel, wenn Sie sich die mal aufschreiben, W-L-G. Wert, Lied, Geld. Wert, Lied, Geld. Lied wie Liste. Wert, Lied, Geld. Also, das muss in der Website drin sein. Alles, was drin ist, wenn ich mir die Websites von Kunden angucke, die sind in aller Regel schlecht. Wenn Sie sich meine Website ansehen, dann werden Sie sagen, die ist hässlich, aber die funktioniert. Die funktioniert. Wir kriegen ständig neue Kunden über die Website. Die funktioniert. Das ist was Schönes, weil wir diese Formel berücksichtigen. Also, wir machen Website, wir sagen beim ersten Mal, sprechen wir nur über W. Dann sage ich Ihnen, beim ersten Mal, wenn wir über W reden, ich habe mir viele Gedanken gemacht, bitte überlegen Sie doch mal, ob Sie Fragen haben zu W wie Wert. Was da für ein Wert auf einer Website draufstehen sollte. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber damit Sie es verstehen. Dann kriege ich Ihre Fragen, kann das mit berücksichtigen, dann machen wir die Session zu fünft, haben das einmal besprochen und dann frage ich hinterher, haben Sie jetzt danach dazu noch Fragen? Verstehen Sie, was ich mache? Ich entwickle ein Produkt mit meinen Kunden zusammen. Was ich dann als Antwort habe, daraus kann ich eine DVD machen, die ist gut. Und dann kommen wir zum Zweiten. Wie generiere ich Leads? Wie mache ich eine Liste? Ich sage, ich habe vor, über eine Liste zu sprechen. Haben Sie da spezielle Fragen drüber? Und wenn ja, was sind deine ein, zwei, drei wichtigsten Fragen in Bezug auf eine Liste? Dann machen wir das Thema und dann frage ich, habe ich alles beantwortet oder kommt Ihnen jetzt noch eine Frage? Dann nehme ich das zusammen, habe ich meine zweite DVD. Ich mache also ein Dialogprodukt, in dem ich mit Kunden spreche. Erstmal im Kleinen und danach kann ich es raushauen. Und wenn ich fünf symptomatische hatte, habe ich danach ein Produkt, das sofort Tausende anspricht. Immer. Nehmen Sie Ihre besten Kunden, machen Sie es für 50 Euro, machen Sie dann ein Produkt und es knallt. Und ich zeige Ihnen genau wie. Vierte Geschichte. Sie brauchen dann eine Geschichte. Sie brauchen eine Geschichte, in dem das, was Sie tun, was Sie anbieten, Ihre Information, Ihr Produkt mit einer Geschichte verknüpft wird. Und diese Geschichte muss zentral stehen in allem, was Sie tun. Und das ist den wenigsten bekannt und klar. Sie brauchen eine Story. Also hier ist die Story. Ihre Website muss zentral die Geschichte beinhalten. Jede Mail, die Sie schreiben, muss zentral diese Geschichte beinhalten. Ihr Produkt muss zentral die Geschichte beinhalten. Wenn Sie gut Werbung machen, ist zentral immer die Story, weil Story sells. Geschichte verkauft. Haben wir alle gehört. Aber das Entscheidende ist, Geschichte macht Sie einzigartig. Sie haben etwas, wenn Sie das verknüpfen mit Ihrer Information, mit Ihrer Geschichte verknüpfen, ist es einzigartig. Keiner hat Ihre Geschichte, wenn Sie es gut machen. Also lernen wir auch Storytelling. Dann ist das Produkt, hurra, hurra, die Lösung für das Problem unserer Kunden. das ist das Fünfte. Und was wir dann haben, dieses Produkt, das ist dann Ihre Speerspitze. Wer kennt den Begriff Speerspitze oder Affenfaust? Wer hat auch eine super Speerspitze oder Affenfaust? Boah. Da haben sich eben von 250 Menschen hier drin oder 280, ich weiß nicht genau, haben sich in etwa die Hälfte gemeldet, dass sie wissen, was eine Speerspitze oder Affenfaust ist. Und dann haben sich noch drei gemeldet, die eine haben. Ja, wie wollen Sie den Markt denn knacken? Und wissen Sie warum? Weil es das anspruchsvollste ist, was man machen kann. Sie sind ja nicht blöd. Das anspruchsvollste ist die Affenfaust, die Speerspitze. Es gibt nichts Schwierigeres und wenn man es richtig macht, gibt es nichts Einfacheres. Nämlich genau so ein Produkt und das mit einem Lounge in den Markt klopfen. Das ist wie so ein Stellrädchen. Jetzt sagen Sie, will ich mal wieder Umsatz machen? Zack, mache ich wieder einen Lounge. Ja, und was kann das sein, so ein Produkt? Das kann was Geschriebenes sein, kann Audio sein, ein DVD, ein Webinar. Es kann etwas erfahren lassen, ein Workshop oder ein Seminar sein. Es kann Meistern sein, Mastermind oder Coaching. Das sind alles Infoprodukte. Dann brauchen Sie eine Website. Wir haben darüber gesprochen, was die können muss. WLG, Wert, Liste, Geld. Also man muss auch was kaufen können da drauf. Zeig Ihnen, wie das geht. Sie müssen eine Kampagne bauen können und eine Kampagne bedeutet, Geld in der Zukunft verdienen. Eine Kampagne bedeutet, Geld in der Zukunft verdienen und die besteht aus einer ganz einfachen Formel. Nutzen plus Nutzen plus Nutzen und dann Verkauf. Kauferforderung. Sie geben Nutzen, Sie geben nochmal Nutzen. Sie geben nochmal Nutzen. Ich zeige Ihnen genau, wie das geht. Kriegen Sie eine Blaupause. Nutzen, Nutzen, Nutzen. Und dann kommt die Formel, in der Sie sagen, wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie bis jetzt von mir umsonst bekommen haben, dann werden Sie lieben, was ich Ihnen jetzt für Geld anbiete. Und das funktioniert immer. Nicht, weil wir so schlau sind, sondern weil wir Menschen so ticken. Jemand, dass er gut verkauft bekommt, dass er umsonst eine Info bekommt, schaut sich das an. Und wenn er es sich anschaut, wird er sich für das Thema erwärmen oder auch nicht. Das ist die fairste Form von Verkaufen. Und ich muss es nicht selber tun. Ich muss mir nicht im Mund fusselig reden. Das macht der Automatismus. Der mag, was ich ihm zeige oder nicht. Sonst guckt er nicht weiter. Der mag, was ich ihm danach zeige oder nicht. Sonst guckt er nicht weiter. Und er mag das danach. Und wenn er das mag, ist er richtig neugierig. Und dann sage ich, dann wirst du das lieben, was ich da noch habe. Das kostet aber Geld. Und jeder Dritte macht es dann. Von denen, der das dritte Nutzenpaket sich noch angeschaut hat, jeder Dritte kauft. Das ist ein Zahlenspiel, ganz klar. Jeder Dritte. Immer. Ist das nicht Wahnsinn? Und da frage ich sie nicht despektierlich, aber wer möchte dann ausschließlich noch eins zu eins verkaufen, wenn das auch geht? Das macht so einen Spaß. Gratis-Info. Sie brauchen Gratis-Info. Ich zeige Ihnen, was das ist. Die meisten nehmen dann irgendein Abfallprodukt. Schrecklich. Sie nehmen ihre beste Info für die Gratis-Info. Und dann kommen die Kooperationen und die JVs. Die Joint Venture. Wenn das bei Ihnen funktioniert, wenn Sie einen Launch gemacht haben, in zwei Wochen 600.000, sagen wir mal 200.000 verdient haben. Ist ja auch schön. Oder beim allerersten Mal vielleicht 70.000. Ist auch cool. so zum Waren werden. Dann gucken Sie mal, wer hat denn noch eine Liste, der so etwas machen könnte. Und plötzlich, das ist ja so, wenn wir neues Wissen haben, kriegen wir ganz andere Möglichkeiten auf unseren Radar. Und jetzt reden wir mit dem. Und dann reden wir mit dem. Und dann sagt er, ja, ich habe auch eine Liste. Dann sagt er, ja, möchtest du das machen? Mach mal halbe, halbe. Wir haben so viele qualifizierteste Kunden bekommen, weil wir Kooperationen machen. Kooperationen. Die verkaufen unser Produkt, kriegen die Hälfte vom Geld. Wir haben einen neuen Kunden, kriegen die Hälfte vom Geld. Was Schöneres gibt es doch gar nicht. Kooperationen. Das ist eine ganz neue Welt. und dann wiederholen wir das Ganze und machen aus dem Ganzen eine Business-Schnellstartform. Da machen wir ein Geschäftsmodell daraus. Geschäftsmodell. Und dann kommt der elfte Punkt. Der ist der allerschwierigste. Feiern. Also wenn Sie wirklich 600.000 in zwei Wochen machen oder 200 oder auch nur 70, da muss man auch mal feiern. Und nicht sofort das nächste Produkt beginnen. Muss man mal einen Tag freinehmen. Das ist wichtig. Das ist die Frage, wer will mit mir da feiern? Wer will mitfeiern? Überlegen Sie sich das innerlich. Ja, ist aber schön. Ich freue mich. Es gibt ein magisches Dreieck. Ich habe es angesprochen, jetzt sehen Sie es nochmal zusammen. Da fangen wir an mit dem Dialogprodukt. Wenn einer keine Ahnung hat, wie er ein Produkt machen soll, so wie ich es nicht hatte, dann lernt man es mit einem Dialogprodukt. Man will das nicht mehr missen. Man macht das immer mit Dialogprodukt. Danach macht man dann die interne Kampagne. Das ist zwei. Das in zwei Wochen dann richtig viel Geld verdienen, weil man das Produkt fertig hat. Entweder als Audio, als Video, als alles das, was ich aufgezählt habe. Und dann, wenn das funktioniert hat, sucht man sich die JVs. Sucht man sich die Joint Venture Partner und dann holt man sich genau die Kunden an Bord, die der andere für einen schon gehegt und gepflegt hat. Machen wir es kurz. Es geht darum, Kunden zu finden und zu behalten. Das ist es immer. Wir müssen Kunden finden und behalten, aber mit all dem im Hinterkopf, was ich Ihnen gesagt habe. Kunden, die wir mögen. Deren Problem kennenlernen, das lösen, Produkt draus machen, Launch draus machen, ersten Dialog, all das. Und vergessen wir nie, es ist unser Geschäft als Selbstständige. Wenn ich Sie frage, in welcher Branche sind Sie, müssten Sie mir alle antworten, in der Marketingbranche. Denn in Wahrheit ist es Ihr Geschäft, Ihr Geschäft zu vermarkten. Alles andere kommt danach. Es ist Ihr Geschäft, Ihr Geschäft zu vermarkten. Wer das nicht verstanden hat, oder wer das nicht glaubt, wird nie das Geld verdienen, das er verdienen könnte. Es ist unser Geschäft, unser Geschäft zu vermarkten. Ganz kurz, was wir brauchen, ist eine Liste, ein Produkt und eine Kampagne. Und dann haben wir Kunden. Eine Liste, ein Produkt und eine Kampagne. Und das Schöne ist, Sie können keinen besseren Weg, wer von Ihnen hat keine super Liste von wenigstens tausend Namen? Ein Drittel ungefähr. Der beste Weg, glauben Sie es mir, der beste Weg, eine Liste zu bekommen von wenigstens tausend Namen, ist eine Kampagne zu machen. Weil die Kampagne geht ja auch über die sozialen Netzwerke. Der Free Content, der freie Wert, geht ja über die sozialen Netzwerke. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Der beste Weg, an die Kunden zu kommen, die sie wollen, eine ordentliche Liste aufzubauen, ist eine Kampagne. PS-Formel. Produkt Schnellstart-Formel. Projekt Schnellstart-Formel.